Hamid Piprit, ich finde, obwohl das Nummer 9 ist, Piprit, eigentlich brauchen wir nicht, finde ich. Hamid Boyd, Boyd ist eigentlich besser für Tore schießen und Trikot Nummer 9. Aber Piprit, hinterfalls, ich kann nichts gruselig mehr sagen von Mitte her, von Piprit, ich ehrlich bin, der brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich kommt wer verkaufen, wer Geld machen kann, will nicht böse sein und geben auch noch andere Verein, die ich haben will. Viel Spaß von diesem Video.